Ich als Pumpe habe die harte Morgenroutine von Drain The Rock Johnson ausprobiert und das ist passiert. Oh mein Gott, da geht's ja spät. Ein paar aufwachende Langschläfer. Nachdem wir dann sogar relativ gut aus dem Bett gekommen sind, ging das Ganze dann los. Mach dich fertig, wir gehen joggen. The Rock startet seinen Tag mit einer Cardio-Einheit. Schoss. Du brauchst ja jetzt bei der Uhrzeit, du brauchst auch keine Sonnencreme, ne? Und deswegen ging es für uns erstmal joggen. Ca. 4-5 Kilometer, schön um 4 Uhr. Wie ihr seht, hat mich das schon zu dieser Uhrzeit absolut aus den Schlappen gehauen. Respekt. Nach einer kurzen Dusche stand uns dann schon die nächste Einheit bevor. Ab ins Gin. Wie wir alle wissen, ist The Rock eine absolute Maschine. Und deswegen hieß es auch für uns im Training komplett Gas geben. Sogar so krass, dass ich danach schon aussah wie er. Nach einem kurzen proteinreichen Essen widmet The Rock sich dann seine Arbeit. Während er Hollywoodfilme dreht, sitze ich am PC, schneide Videos und erlede die Papierkraft. Wobei, ich bin ja Influencer und wie wir alle wissen, mache ich eigentlich nichts. Wer so viel Masse hat, muss natürlich dann auch wieder essen. Nach der Arbeit widmet The Rock sich seiner Familie und seinen Freunden. Das habe ich aber beides nicht und deswegen war mein Tag hier vorbei.